Hallo meine Lieben, ich mache heute den Weihnachtstag mit, den ich bei der Rebecca Flöte abgeguckt habe. Ja, und das sind zehn Fragen und die werde ich alle beantworten. Dann fange ich direkt mal an. Und zwar ist die erste Frage, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Ja, Weihnachtsfilm. Also ich liebe ja Weihnachten sowieso total gerne. Also alles, was mit Weihnachten zu tun hat, diese ganze Weihnachtsstimmung, ob das jetzt Weihnachtswerbung ist, die jedes Jahr die gleiche kommt oder Weihnachtsfilme. Manche Leute nervt es, dieses ganze Rumgeschmücke und schon viel zu früh anfangen mit Weihnachtsfeeling und keine Ahnung was. Ich liebe es. Also ich liebe auch jeden Weihnachtsfilm. Zum Beispiel sowas wie Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Das sind ja zum, also das ist jetzt ein Beispiel. Das sind so Filme, die jedes Jahr kommen und jedes Jahr finde ich es toll, solche Filme zu gucken. Keine Ahnung, das ist halt die Stimmung. Ich liebe es einfach. Eigentlich alle Filme. Wenn ich Zeit habe, gucke ich mir auch jeden Weihnachtsfilm an. Ja, zweite Frage. Was ist deine Lieblingsweihnachtsfarbe? Das ist auf jeden Fall rot. Am besten mit Gold, also Rot, Gold, so ein bisschen Glitter. Ja, das ist, auf jeden Fall gehört das zu Weihnachten dazu und vermittelt mir so ein warmes Gefühl. Eigentlich ist Rot gar nicht meine Farbe. Also ich finde, die steht mir nicht und passt nicht wirklich zu mir, da ich blond bin und ja, weiß ich nicht. Ich bin halt nicht der Typ für rote Farben. Ich habe auch keine, also so klamottentechnisch habe ich überhaupt nichts in Rot, aber zu Weihnachten ist das total meine Farbe. Keine Ahnung, ich liebe, äh, habe ja auch die Nägel in Rot heute. Ja, dritte Frage. Ziehst du dich an Weihnachten festlich an oder bleibst du im Schlafanzug? Also ich ziehe mich auf jeden Fall festlich an. Das ist jedes Jahr das Gleiche bei uns. Zu Weihnachten wird immer ein großes Essen gemacht und ein paar Verwandte kommen und auf jeden Fall muss ich mich ein bisschen schick machen. Also Schlafanzug, das geht gar nicht. Ja, mal gucken. Ich werde es nicht übertreiben, denke ich mal. So ein bisschen schicker machen auf jeden Fall und ja, auf jeden Fall hübsch machen. Vierte Frage. Wenn du nur einer Person etwas schenken könntest, wem würdest du etwas schenken? Das ist gemein. Das ist eine gemeine Frage. Ich glaube, mir selbst. Nein, Spaß, keine Ahnung. Dann würde ich lieber gar keinem was schenken. Ich kann, kann ich einer Person was schenken und dem Rest gar nichts. Also das finde ich gemein. Das geht nicht. Dann lieber niemandem. Oder irgendwem. Keine Ahnung. Irgendem Obdachlosen vielleicht irgendwas schenken, damit es ihm besser geht. Irgendjemandem helfen oder so. Klingt jetzt kitschig, aber wenn ich jetzt meine Freunde oder meine Familie nehme, dann könnte ich nicht nur einer Person was schenken und dem Rest nicht. Das geht bei mir. Öffnest du deine Geschenke an Heiligabend oder am Weihnachtsmorgen? Heiligabend. Auf jeden Fall. Ich warte doch nicht bis zum Morgen. Also nein, nein, das geht bei uns nicht. Außer natürlich, also die letzten Jahre war das öfter mal so, dass meine Eltern an Heiligabend noch bis zum späten Abend gearbeitet haben und wir deswegen am 25. gefeiert haben. Also quasi einen Tag alles um einen Tag verlegt und da habe ich natürlich meine Geschenke mit allen geöffnet am 25. Aber dann auch abends. So war das leider. Aber eigentlich ist es bei uns so, dass wir am Heiligabend die Geschenke öffnen. Sechste Frage. Hast du schon einmal ein Lebkuchenhaus gebaut? Nein, habe ich nicht und ich habe auch noch nie eins gekauft. Also ja, ist so hübsch anzusehen, aber ist mir jetzt nicht wichtig, noch nie wichtig gewesen und mir doch noch nie so Gedanken drum gemacht. Keine Ahnung. Ist für mich so, muss nicht sein, keine Ahnung. Sechste Frage. Ne, siebte Frage. Was machst du in den Weihnachtsferien? Lernen. Lernen. Lernen, lernen, lernen. Ich muss ganz viel lernen, ich muss ganz viel nachholen. Das muss ich definitiv tun. Ich gucke mal, dass ich auch ein bisschen Sport mache und ein bisschen feiern gehe natürlich auch. Also klar, Silvester, Weihnachten, ein bisschen wird auch gefeiert. Aber ganz, ganz wichtig ist für mich Lernen. Also da komme ich leider nicht drum rum. Ja, das werde ich in meinen Weihnachtsferien machen. Ähm, achtens. Hast du Weihnachtswünsche? Weihnachtswünsche? Also, hm. Also sowas wie Weihnachtsgeschenke technisch nicht. Nö, mein Gott. Äh, vielleicht. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Weihnachtswunsch gilt. Sowas wie Vorsätze fürs nächste Jahr, dass die in Erfüllung gehen. Das wäre natürlich toll. Aber das ist jetzt kein Weihnachtswunsch. Also, nö. Meine Frage ist nein. Äh, meine Antwort ist nein. Neun. Deine Lieblingsweihnachtsdüfte oder dein Lieblingsweihnachtsduft? Also Zimt gehört für mich dazu. Auf jeden Fall alles so weihnachtliche. So dieses Bratapfel, Zimt, hm. Glühwein. Also ich mag keinen Glühwein, muss ich sagen. Schmeckt mir nicht so. Aber der Geruch davon ist toll. Also, keine Ahnung. Alles weihnachtliche finde ich richtig gut. Also auf jeden Fall Zimt. Gehört zu Weihnachten dazu, finde ich. Und ich mag auch Zimt. Ähm, und die letzte Frage. Dein Lieblingsweihnachtsessen oder Snack? Hm. Ja, bei uns gibt's ja immer, ähm, ein Riesenessen. Und meine Mutter macht immer eine, ähm, so eine Weihnachtsgans. Ja, das finde ich lecker. Und was ich total liebe, ist Kaviar. Und zwar roter Kaviar. Den liebe ich total. Den gibt's immer bei uns zu Weihnachten. Und, ähm, keine Ahnung. Da kommen, da komme ich nicht drumrum. Ich liebe Kaviar. Ja, das war's schon mit den Fragen. Und, äh, ja, ich rufe euch dazu auf, einfach mal alle mitzumachen, die Lust dazu haben. Und das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik